Slender die Ankunft Slender die Ankunft? Ich hab Tenors da. Ja, ich weiß nicht wie es wird. Wir lassen uns überraschen. Ich werde auf jeden Fall das Mikrofon voll schreien und voll rülpsen. Es gibt einen Fragezeichen Schwierigkeitsgrad. Ich spiel mal auf Normal, oder? Focus Flashlight Run ist schon mal eine gute Taste, die werde ich brauchen. Ach, ist das ein schöner Sommertag. Oder einen Herbsttag. Ach ja, was kann man denn noch machen? Blue Island Studios proudly presents Boah, diese Musik, ne? Die macht mich jetzt schon fertig, diese Psycho-Musik. Was war das? Doch, ist ja alles schön. Ich rede nur so ein bisschen, um mich selbst zu beruhigen. Ich glaube, ich gehe ins Bett. Was? Warum jetzt? Bleib bei mir. Ja, es wird dunkel. Hallo, warum muss denn so schnell Nacht werden? Kannst du noch kurz, was? Kannst du noch kurz warten, bis ich die Spülmaschine am laufen habe? Ja, natürlich. So ist denn mittlerweile Endcamp fertig mit der Spülmaschine. Habe ich eine Taschenlampe? Nein. Ich habe Angst. Hä? Das macht es auch nicht leichter. Okay, das bin ich normalerweise immer zu Hause. Wenn ich Musik produziere, hört sich das auch so an. Da haben wir einen Schlüssel. Pick up a key. Ey, geil. I need the key. Alalalalala. Oh, man kann Fenster aufmachen. Das ist gut. Erstmal lüften. Erstmal lüften hier in den moderigen Dingen. Ja, hey. Das Klo. Immer ein Ort der Sicherheit in Horror spielen. Erstmal Badewasser einlassen. Und mein Baby Shampoo nehmen. Was ich immer benutze. Hey, mein Let's Pair. Let's Pair. Genau. Mein Let's Play Zimmer. 1 zu 1 nachgebildet. Ich bilde mir schon Dinge einzuhören. Ich mache immer mal die Fenster auf. Ich weiß gar nicht, warum ich das tue. Lüften. Einfach mal Durchzug machen. You can see it. Was kann ich sehen? Ich habe was aufgenommen. Ich weiß aber nicht, was ich... Was? Ich traue mich gar nicht, mich umzudrehen. Dann steht er nämlich gleich da. Der ist nämlich auch so ein Fucker. Der nämlich Rantrum spawnt. So wie bei Daylight. Der Drecksack. Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Ist aber so. Ich habe Angst. Ja. Vielleicht auf dem Spielplatz. Hey, Spielplatz ist immer gut. Solange keine Kinderlache kommen. Hey! Ich habe eine Trophäe bekommen fürs runterrutschen. Juhu! Das wurde gefunden. Ich sollte Ludwig find Kate. Yeah. Okay. Ich muss Kate finden. Ist natürlich super, dass man Kate auch nachts finden muss. Im Wald, da ist mir immer kalt. Der Typ sieht genau gleich aus. Das ist schon mal super. Ich weiß gar nicht, warum man hier einfach in dem Wald rumlaufen muss. Mitten in der Nacht mit der Taschenlampe bewaffnet. Falls einer mehr weiß über das Spiel, bitte posten in die Comments. Komm, Comments. In die Comments. Genau. In die Pommes. Bitte in die Pommes posten. Ähm. Ob es, wie gesagt, auch so ist. Ob man je mehr Seiten man sammelt, desto schlimmer es wird. Und alle. Das kann natürlich auch sein. Ich seh ihn. Seht ihr ihn auch? Er steht oben rechts am Bildschirmrand. Da oben steht er. Er steht auf dem Berg und guckt. Ich guck ihn an. Dann kann er nicht wegsbohren. Geh weg. Du bist so hässlich. Du hast so lange Arme. Oh, ist raus. Oh. Hm. 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 Wo ist der hin? Drecksack. Drecksack. Ey. Teleportiert er sich einfach. Slender. Ich bin hier im Wald. Slender. Mir ist so kalt. Da oben steht er wieder. Ich seh ihn. Ich seh ihn dich. Und du kannst nichts dagegen tun. Hahaha. Warum tue ich mir das immer wieder an? Oh. Ciao. Hä. Da geh ich noch nicht rein. Bist du bekloppt? Da geh ich noch nicht rein. Da geh ich noch nicht rein. Da geh ich noch nicht rein. Mist. Der steht nicht mehr da oben. Und wer ist das da mit dem Hut gewesen? Einer. Die Frage ist, ist da was drin? In dem Haus. Ich will da nicht rein. Slender. Oh Slender. Du bist so hässlich wie die Nacht. Slender. Oh Slender. Wer hätte das denn je gedacht? Ich bin ganz ehrlich. Ich will hier gar nicht sein. Der Typ ist da rechts. Also ich kann mich nicht... Achja. Die haben ja gesagt, es gibt ja neun Gegner. Da ist aber glaube ich nichts bei dem. Ne? Hallo? Was? Was? Alter einfach mal so ein Familienbild zeigen. Willst du mich verarschen? Hallo Sir? 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 Alles klar? Ah! Fick dich! Du! Alter! Mist sack! Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Ciao! Willkommen zu Let's Play Live Show an alle neuen Zuschauer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Flexis Sterberunde. 200 Puls hab ich bald! So, ich geh mal den Weg weiter hier. Straight entlang. Steht denn der Slender wieder... Ah, der steht da oben noch, ne? Kann das sein? Ich sehe dich immer noch. Ich hab schon schwitzige Hände, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein Controller... mein Controller trieft vor Schweiß. Wie enden das? Komm, find mich! Nicht ihn rein! Go! Ich geh da wieder hin. Ist mir egal. Hör auf mich, ist der billigen Scheiße. Ich will doch nur die Seite lesen. Oder zumindest mitnehmen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, äh... Nach dem Stream brauche ich erstmal ne, äh... Valium. Ich hab auch keinem lassen Schimmer hier... Wo hier Seiten sein können. Ich will nur noch hier raus. Ich will... Ich bilde mir schon wieder was ein, was ich sehe. Das stimmt überhaupt nicht. Da steht nämlich nichts. Doch da hinten. Hallo! Ich bin... Der Bauminspektor. Ich will die Bäume untersuchen. In der Nacht. Weil da so schön angestrahlt werden von meiner Taschenlampe. Slender. Oh mein Gott, Slender. So Typen wie du haben was auf die Fresse verdient. Oh, ne Toilette. Da muss ich hin. Auf jeden Fall. Ich muss erstmal schöne Kackwurst absetzen. Dreh dich nicht um. Der Slender geht herum. Dreh dich nicht um. Der Slender geht herum. Weil ich nicht weiß, wo ich hinlaufen soll. Ah! Hab ich mich jetzt erschrocken vor dieser scheiß Blume. Ist da Kack Blume da. Kann es sein, dass da auch ne Seite dran hängt? Das wäre echt super. Dann haben wir nämlich schon mal drei. Dann ist der Horrorsch... Ah! Ah! Geh weg! Geh weg! Du bist so hässlich! Ich will doch nur die Seiten sammeln. Slender, warum bist du so böse? Warum ich Seiten sammle? Es sind doch nur dämliche Seiten! Mann! Du alten Seitenfetischist! Hallo! Slender! Ich bin der Bauminspektor! Ist hier ne Seite? Seite! 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 Seite am Auto! Seite am Auto! Oh nein! Hier ist keine Seite am Auto! Ich sieh schon, ich steh gleich vor mir. Ich springe sofort vom Stuhl. Ja, 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 ja! Ich hab ne Seite! Ich hab ne Seite und singe um mich zu beruhigen! Kann es sein, dass da unten vielleicht am Boot doch ne Seite ist, die wir vielleicht noch nicht haben? Ah lalalala! Willkommen zu Let's Play Live Show an alle neuen Zuschauer! Schön, dass ihr alle da seid! Wo lauf ich hin? Ich hab keine... Ah! Geschitter, der Wichser! Oh, verdammter Wichser! Entschuldigung! Ich meine, du, du, äh, roter Schlipsträger! Ich seh aber auch nichts! Und ich hab ne Orientierung wie ne Weißbrotscheibe! Wie soll ich denn die anderen vier Seiten bitte finden? Gibt's denn hier... Ah, Moment! Das ist ne Karte, ne? Ähm... Toll darauf kann... Ah! 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 Grenn doch! Grenn doch! Alter! Ah! Die Kackwurst guckt schon in der Hose! Die sagt schon Hallo! Mhhhhh! 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 Eine Beruhigungskippe an den Kopf werfen! Ja genau! Ach Slender, komm! Nimm mich in den Arm und wir rauchen uns gemeinsam ne Friedensweife! Tralalala! 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 Hallöchen! Schön, dass du da bist! Da ist ne Seite! Nein! Aber der Affe ist da! Der Affenkopf! Nein! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Du stinkst! Geh doch... Geh doch weg! Geh doch weg! Mist! Am Auto ist ne Seite! Und damit müssen wir hin! Slender! Ich hab deine Grammatemie gemocht! Die ist mal so rot gewesen! Warum nur? Waaaaaaaaaaaaah! Im Frühtau zu Berge Wir ziehen Fall der Waffe! Waaaah! Geh weg! 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 Ich lauf... Ich laufe gerne durch den Wald! Im Wald ist mir kalt! Da muss ja irgendwie noch so Spots sein, wo noch Seiten dran... Ich sag nur Hello again! Waaaah! Alter! Du Kack! Da 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 da! Da 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 da! Auf ein neues! Ra da 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 da! Ja 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 ja! Eine Seite noch! Eine Seite noch! Eine Seite noch! Eine verkackte Seite noch! Ich weiß aber nicht wo! Ich weiß nicht wo! Wo ist die Seite? Warum muss ich immer solche Spiele spielen? Da 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 ja 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 ja! Auf ein neues! Ra da 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 da! Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Was? Ich frage erstmal einen Schluck aus der braunen Flasche! Prost! Ach, ist das wieder ein schöner Frühlingsanfang! Ja, ach wie schön! Nein! Ah, ich brauche es mir jetzt mal runterzukommen! Alter! Was ist das denn für eine Nervensäge! Sponten einfach mal x-beliebig! Ist ja noch schlimmer wie die alte aus Daylight! Und der hier, der Strumpfhosen-Gesicht! Hat so eine Strumpfhose im Gesicht! Bestimmt so einen Nylon-Fetisch hat der bestimmt! Ah, ein herrlicher Tag! Geht weiter! Werde ich aber jetzt nicht lesen! Wie gesagt, ich, äh, ähm, enthalte mich meiner englischen Fachkenntnisse! Die ihr sicherlich schon häufig genug, äh, gehört habt! So sollte das ganze Spiel über sein, so schön hell! Da kann man schön entspannt laufen! Lalalala! Ich geh erstmal hier lang! Mal schauen, wo wir da hinkommen! Naja, das sind, äh, fliegende Bretter! Die gibt's jetzt neu bei Hornbach! Die, äh, halten von alleine! Braucht man keine Nägel, braucht man auch keine, äh, äh... Ähm, Kleber! Das, das geht alles! Klaus Kleber übrigens! Ah, eine leichte Brise streift mein Haar! Das macht's nicht angenehmer, dass jetzt so ne Musik kommt! Hey, da sind noch mehr schwebende Bretter! Bei Hornbach! Für 14,99, jetzt im Angebot! Der Quadratmeter! Schwebende Bretter! Hey, ich werde vermisst! Habt ihr dieses Kind gesehen? Charlie Matheson, Junior! Wenn ihr dieses Kind gesehen habt, bitte kontakt 5 5 5 3 7 9 9 9! Okay! Naja, gut! Es scheint förmlich so, als hätte sie, äh, Augen wieder nach draußen plöppen, so! Solche Zoom-Augen hätte ich auch gerne! Schalte mal die Taschenlampe an und es wirkt doch schön einladend hier! Da ist eine Tür! Sehr komisches Geräusch! Karl, die Kiste ist mein bester Freund! Slender haben sie nie gefragt! Sie haben ihn einfach fortgejagt! Was soll uns hier schon großartig passieren, ne? Ciao! Was, 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 was? R2? Uuuh! Ich hab doch R2 gehalten! Was? Was, R2-Fokus? Was? Bei Daylight würd's jetzt wieder sagen... What is this? Diese alte Knitterfalte! Huuh, huuuh! Ich will das nicht spielen! Bisschen generale... Oh, ja ja ja, ja ja ja, ja ja , ja ja ja! Lalalalalala! Ciao! R2 war das, ne? Oh, bitte jetzt nicht zwei, jetzt nicht doch, der Slender auch noch, ey, das wäre ja, ich höre sie doch laufen. Die alte Kackpratze. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ciao. Wo, 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 wo. Da ist ein Generator, Mist. Scheiße, und die Alte steht da. Fuck. Was ist denn das? Geh weg. Wo muss ich hin? Ciao. Was? Hauptzug. Oh, was? Hm. Ich will das nicht spielen. Nein. Was soll uns hier schon großartig passieren, ne? Geh weg. Geh weg, du stinkst. Hier, 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 hier. Ciao. Oh, was, 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 wo. Nein, 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 nein. Oh, wie gemein. Wie gemein, wie gemein. Nein. AHHHHH! Was mei- Instant-Kill hab ich grad die Trophäe bekommen. Boah, ich geb ab. Alter, was ein Kackspiel. Och, wieder von vorne oder was? Oh, nee. Was, wo ist der Generator hin? Was? Was, die spawnen random? Wo bin ich denn hier? Wo, 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 wo? Die soll verschwinden, Alter. Die soll verschwinden. Die ist so hässlich. Und dahin kommt die alte, natürlich. Klar. Ciao. Oh, nein! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ich seh nix, ich seh nix, ich seh nix. Oh, ist das gemein. Mit zwei Gegnern. Geh weg! AHHHHH! Oh, der kann nicht mehr rennen, ey. Wie gemein ist das denn? Was? Hier war doch vorher ein anderer Gang. Wie schon... Generat... Generat... Was? Wo? AHHHHH! 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 Ja! 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 Wow, der stand da! Wow, der stand da! Wow! Ey, das ist aber jetzt unfair, wenn die jetzt da angela- Geh weg! 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 Nein, nein, da müssen wir gar nicht! Müssen wir gar nicht! Doch, müssen wir! Geh weg! Ich hab ganz rote Augen, ey! Ich möchte nicht mal eine Fresse sehen, wenn ich jetzt nach dem Stream dann mir das selber angucke, ey, wie ich rumgebrüllt habe. Oh, es ist hell! Ja! Ein schöner Frühlingstag mal wieder! Ich möchte gar nicht sehen, wie peinlich das aussieht, wie ich da oben rechts, ey! Meine Fratze, ey! Warum muss ich immer so was spielen? Wenn ich jetzt sage, jetzt zwingt mich dazu, dann stimmt das ja gar nicht! Ich will das ja selber spielen! So sollte, wie gesagt, so sollte das Spiel eigentlich immer sein! Und nicht anders! Der Toilettengang war gar nicht mal so weit weg jetzt gerade! Boah, diese alte Knitterfalte da gerade, ey! Alter Schwede! Und dann noch dieser, dieser, dieser Strumpfosen-Fetisches! Ja, unten, natürlich unten, klar! Ich will sterben! 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 Stand da drauf! Oh! Guck mal, mein Fernseher, eins zu eins nachgebaut! Über den, äh, mache ich übrigens meine Let's Plays! Und da oben ist der Kasten, mit dem ich auch aufnehme, die Let's Plays, ja? Das ist so... Die Datei ist September 19. Mein Name ist C.R., auf der Seite der Matheson-Familie-Farm. Ich will sterben! Ich will sterben! Ich will sterben! Nein! Nein! Ich kenn das nicht! You don't have a flashlight! Ja, schön! Charlie brennt, oder beziehungsweise drumherum, und unten sind die Kinder. Heißt Slender Charlie? Ich weiß es gar nicht. Man weiß ja auch gar nicht, wo dieser Slender herkommt, ne? Äh, leider ist es immer noch nicht auf Deutsch. Leider immer noch komplett auf Englisch. Und ihr wisst ja meine... Habe ich ja genug mit angegeben in meiner englischen Kenntnis. Mein Englisch is not very good, mein German is not much better. Ich steig einfach ins Auto und fahr nach Hause. Komisch, wie er läuft. Er hätte nicht einfach die Kisten wegschieben können, die da oben liegen. Nein, m-m. Er hat ja nur Papierhände. Weiß ja, schiebt er so einmal so gegen so... The Generator is out of fuel. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Ich seh nämlich nichts. Weißt du, wieso reist man denn? Man weiß doch, wenn man mit einer Kamera bewaffnet. Verlassene Gegend reist zu so einem abgelegenen Haus und es dämmert. Dann nehm ich doch ne Taschenlampe mit, damit ich was sehe. Ich ja hier ne rissige Idiot, nehm keine Taschenlampe mit. Mal ganz ehrlich. Wenn die Sonne untergeht. Also bisher bin ich nur einmal gestorben. Also mal ein ganz großes Lob. Ja, aah. Uh, hoppala. Entschuldigung. Mr. Souverän ist wieder unterwegs. Wird gern mal wissen, welcher Vollidio solche Scripts schreibt. Entschuldigung. Ja, ganz bestimmt nicht. Ich will hier gar nicht rein. Ich weiß, was passiert, wenn ich da reingehe. Da geht nämlich die Tür zu. Wisst ihr was? Ich geh da hinten rein. Was? Kindergelache? Ist das euer Ernst? Nein. Ähm, nein. Ich geh noch nicht lang. Wollt ihr mich verarschen? Was? Da stand einer. Da stand was. Alter, ne, 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 ne. Nein, 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 nein. Ciao. Ciao. Ich geh doch da nicht runter. Wollt ihr... Ich will da nicht rein. Boah, das ist mit dem Licht an und aus. Das ist so fies hier in dem... Mach an! Mach an! Mach an! Alter, mach an! Boah, das ist gemein. Ich kann nichts dafür. Das ist wirklich so. Das ist einfach... Ich hab auch keine Tasche... Ich hab auch keine Taschenlampe. Hör auf. Bitte. Was soll ich denn hier... Boah! Hm! Alter! Natürlich geh ich investigativ einfach mal da lang. Hey, da ist Fuel. Einfach raus hier. Raus. Wo ist der Ausgang? Fuck, wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Ich guck da nicht hin. Ich guck da gar nicht hin. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ihhh! Ihhh! Da steht was! Ihhh! Da steht was! Ihhh! Hört ihr auch was vom Sound? Hört ihr den Sound gut? Ja? So wie ich auch. Schön voll aufgedreht. Ansonsten kann ich noch gerne noch etwas lauter machen für euch. Ich bleib im Licht! Ich bleib im Licht! Ich bleib im Licht! Ich bleib im Licht! Ich bin schon mal gut, dass uns die Slenderwurst nicht auf Pelle rückt momentan. Die Slenderwurst. Der Nylon-Fetischist. Guck mal da oben... Guck mal oben rechts ist Bill Clinton. Seht ihr den? Oben rechts ist Bill Clinton. Oh mein Gott! Nein! Und oben links am Bild, an dem Fenster, sieht man unseren Nylon-Fetischisten. Wer hätte das gedacht? Mit der Krawatte oben links am Fenster. Die kannten den wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich seine Familie. Die Nylons heißen die bestimmt. Schau! Ist es noch dunkler geworden? Ja, ist es noch dunkler geworden. Natürlich. Ich frage mich, was uns in der Kirche erwartet. Irgendwas war da! Irgendwas war da! Irgendwas war da! Puh! Ja, das sieht ja einladend aus hier. Das sieht ja sehr einladend aus. Okay, bevor ich jetzt da rein marschiere. Ganz souverän. Ich will immer so ein bisschen erstmal was anderes ausprobieren. Aber anscheinend müssen wir dann da raus. Eigentlich ist es ja nicht schwer durch diese Tür zu kommen. Wir müssen vorne rein und dann da raus. Das ist also kein großer Raum. Also viel kann uns da eigentlich nicht erwarten. Aber ich glaube, wir werden darin wahrscheinlich unsere Taschenlampe finden, oder? Hm! Ah! 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 Ciao! Ciao! Alter, der stand da einfach an der Tür. Fick dich! Alter! Er ist mal gerade einen halben Zentimeter nach oben gerückt auf den Stuhl, ey! Siehst du, er ist ein Bist und die laggt. Ja, natürlich! Aber was soll ich denn machen? Und jetzt? Was? 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 Was took a child? Was? Hör auf! Ah! Hör auf! Hör auf! Ah! Ciao! Hä? Ah! 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 Ciao! Nein! Was? Fick dich! Ich habe gewonnen! Fick dich! Ich habe gewonnen! Was? Close all windows? Okay! Natürlich! Dafür habe ich die Fenster vorhin offen gemacht, um sie jetzt alle zu schließen! Warum habe ich dann die ganzen Fenster vorhin offen gemacht? Mach die Tür zu! Mach doch die Tür zu, Mann! Ist doch nicht Tag der offenen Tür hier heute! Und weil ich am Montag streamen wollte... Äh... Ah! 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 What's? Ah! Das ist... 22 bis... Äh... Quatsch! Von 20 bis 22 Uhr wird es dann Freitag Bloodborne geben. Ab 22 Uhr bis 0 Uhr oder bis Open End wird es dann das DLC zu The Evil Within geben. Das ist Simon. Das sind doch harmlose Spiele. Ja, Niki, das stimmt wohl. Ich möchte mir keine Point Morpheus mehr kaufen. Immer in Horror Games. Warum müssen es immer Omas sein? Okay, gut. Hier ist es unser Nylon-Fetischist aus der Nylon-Familie. Die Nylons. Tü-düm, tü-düm. Tü-düm, tü-düm. Hallo? Wo muss ich denn lang? Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Ich laufe einfach. Hier kann man sich bei so einer schönen Landschaft nur erschrecken. Ja, natürlich, bei so einer schönen Landschaft. Ja, wenn es mal immer so bleiben würde. Nylee. Neuer Name für Slender. Nylee. Genau, Nylee. Na komm, Nylee, Nylee, Nylee. Komm, Nylee, Nylee. Ich weiß gar nicht, ob ich richtig laufe. What? Walking Simulator habe ich gerade die Trophäe bekommen. Der Walking Simulator. Herzlich willkommen zum Walking Simulator. 2016. Ja. Walking Simulator 2016. La la la. Von da sind wir doch gekommen, oder? Ja, natürlich. Hä? Ich weiß, warum das Walking Simulator heißt, die Trophäe. Weil es so Deppen gibt wie mich, die hier nicht wissen, wo sie lang müssen. Ich weiß, warum das Leben da nicht sehen ist. Ich weiß, warum das aber auch nicht wissen ist. Weil es so Deppen stir firsthand. Also da muss sich Appro-Timeconyipte, die hier nicht wissen, wo sie camar Lamborghin boxing bekommen. Wo soll ich denn? Ach, nein! Okay, offiziell die Doftroffi habe ich jetzt erhalten. Hey, DHL war hier. Oder OPS oder keine Ahnung. Hört sich ein bisschen komisch an die Fußgeräusche, die sie macht. Oder er. Äh... Äh... Aua, 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 Aua! Irgendwie... Waa... Was? Aua. Und wieso brennt der Wald jetzt auf einmal? Da brennt der Baum, da brennt der Baum, da brennt der Baum, da brennt der Baum. Da brennt der Baum, da brennt der Baum, da brennt der Baum, da brennt der Baum. Was, wo muss ich hin? Aua Wo muss ich... Der Wald brennt, ich weiß nicht warum Hey, pick up a key Ich höre jemanden laufen, ich weiß nicht warum Hallo, mein Freund Wo bist du? Bist du hier? Hallo, mach die Taschenlampen an Was, dein Flaschleiter ist tot? Was? Aaaaaaah Aaaaaaah Was, ich teilt, was? Ähm Aaaaaah Ich will hier nicht sein Ich will hier nicht sein Was? Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Ich guck dich nicht an, du Trolla Ich guck dich nicht an Aaaaaah 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 Ich will hier raus Aaaaaah 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 Halt die Schnauze Wenn hier einer weint, bin ich das Geh weg, hör auf Hör auf Hör auf Hör auf Hör auf Aaaaaah Hör auf Ich glaube wir sind tot.